Willkommen beim Finchka Wind Newsletter vom 23. Juni 2021. Unsere drei Themen und unsere Kommentare. Das erste Thema ist Kopf der Woche. Zum Kopf der Woche gehören wir den SVP Bezirksobmann und Kammerabgeordneten Albrecht Blanker. Blanker musste auf Druck der Bürgermeister eine Aussprache mit Sepp Nuckler organisieren. Fazit. Man wolle und müsse die interne Kommunikation verbessern und bei den gemeindeübergreifenden Themen einen Gang zulegen. Das zweite Thema. Ereignis der Woche. Die Geister die ich rief. Unser Rechtsanwalt Peter Tabeiner zitiert im Finchka Wind diesmal den Zauberlehrling von Güte. Vom Strafantrag gegen Karl Peer vom Umweltinstitut München wegen übler Nachrede haben sich rund 1300 Bauern zurückgezogen. Zwei Bauern aus Naturens haben das nicht getan. Sie haben nicht auf den Zauberlehrling gehört. Das dritte Thema. Worüber sich der Finchka freut. Mit Kurt Habicher und Daniele Missuri sind kürzlich zwei Primare offiziell am Krankenhaus Schlanders vorgestellt worden. Man hat auch in Bozen eingesehen oder einsehen müssen, auf Druck der Bürgermeister, auf Druck der lokalen Politik und auf Druck der Bevölkerung, die protestiert hat, dass das Krankenhaus Schlanders eine Notwendigkeit ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.